Ja, herzlich willkommen und herzlichen Dank für Ihr Kommen. Sie sind heute Abend die Spezialisten im Sinne von wie Kinder lernen, weil sie es jeden Tag erleben, wie Lernen funktioniert, wie Lernen geht bei Ihrem Kind. Und wir haben noch einen zweiten Spezialisten hier mit viel Erfahrung aus Schule, auf dem eigenen, von einem Sohn, einer Tochter und auch dir, Bo, herzlich willkommen hier in München und wir freuen uns auf deine Aufführung. Ich mache mich auch. Okay, danke. Also ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Und bei den Vorbereitungen immer, da überlege ich mir jeweils, wie könnte ich das machen, dass sie einerseits den Zugang als Eltern finden, aber andererseits auch eine gewisse, mal für eine Stunde eine Distanz aufbauen können, dass wir gewisse Lernprozesse auch ein bisschen sachlicher anschauen können und dann nachher wieder überlegen, was heisst das für mich und für unsere Kinder. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt diesen Teil wieder machen darf. Das habe ich letzte Woche fotografiert in unserer Primaria. Ich habe über längere Zeit diesen sechs Jungs zugeschaut, wie sie spielen und einfach versucht, möglichst einfach beschreibend, mit dem beschreibenden Auge zu sehen, was machen die eigentlich und was passiert da. Es war freies Spiel und zu diesem freien Spiel möchte ich heute den Abend aufbauen und zeigen, was dahinter steckt, sodass wir am Schluss vielleicht auch mehr sehen bei unseren Kindern, wenn sie spielen. Das sind diese Bereiche, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Ich beginne mit den Voraussetzungen, nur ganz kurz, ich nehme das nochmal an den Faden auf, vom letzten Mal. Wir haben gesehen, wenn Kinder geboren werden, haben sie eine Lizenz zum Lernen. Sie haben ein Überlebensprogramm mit Reflexen, die im Rückenmark sind und das hier ist die Lizenz zum Lernen. Und dort wird dann im Prinzip versucht, die Welt abzubilden, sodass ich mich in dieser Welt optimal, und das heisst biologisch gesehen, dass ich mich in dieser Welt überlebe, mich vermehre und ich dafür sorgen kann, dass meine Kinder auch wieder geschlechtsreif werden. Das wäre Fitness. Ziemlich pragmatisch, aber dafür gilt es für alle Wesen, auch für die Algen. Es braucht drei Dinge, das haben wir ja gesehen und das weiss man heute von der Hirnforschung her, es braucht drei Stoffe im Hirn, dieses Oxytocin, da geht es eben um Vertrauen und Beziehung, dieses Dopamin, dass ich die passende Herausforderung finde und letztlich auch um dieses eigene Opiat, das man dann macht, dieses Endorphin für Leidenschaft und Erfolg. Das soweit, so gut. Jetzt, wenn die Voraussetzungen jetzt da sind, zum Beispiel jetzt, jetzt sind sie bereit, Informationen aufzunehmen, wie läuft das jetzt genau. Das heisst, es kommt ein Reiz. Im Moment sind es vor allem optische und akustische Dain, die gelangen ins Sinnesorgane und werden dort umgewandelt, nicht in eine Qualität, sondern in Null und Plus, also einfach in elektrische Impulse. Und dann werden die weitergeleitet über den Nerv, gelangen ins Hirn und werden dort in Qualität umgesetzt. Und zwar in die Qualität, die das Lebewesen braucht. Also eine Fledermaus zum Beispiel braucht, die akustischen Reize, um visuelle Eindrücke zu produzieren. Deshalb jedes Mal, wenn sie schreit, sieht sie etwas. Deshalb schreit sie dauernd. Und dann fliegt sie durch die Nacht und sieht alles. Bei uns ist das anders konstruiert. Und dort wird dann wirklich eine Qualität konstruiert, also das zum Beispiel, dass es irgendwo heisst, diese Wellenlänge wird umgesetzt in eine Farbe, bei jedem anders, aber man lernt dann als Kind, man sagt im Grün. Und sobald wir die gleichen Wörter verwenden, haben wir den Glauben, dass wir auch die gleiche Empfindung haben. Was natürlich nicht stimmt. Nur merken wir das gar nicht mehr. Also wir merken das erst, manchmal in Beziehungen. Wenn man mit einem Menschen an einem Punkt ist, wo man merkt, der versteht etwas völlig anderes unter diesem Wort. Und da kommt dieser Moment, wo man sich so total einsam fühlt. Können Sie das? Der nächste Schritt ist, wo man denkt, der andere ist falsch. Dann hat man zwar wieder den Teuer und das Kreis. Also das ist etwas anderes. Also es gibt, im Prinzip kommt jetzt der Impuls rein, dann wird der kurz analysiert, das sind Millionenstel vor Sekunden, die es braucht. Was ist das jetzt? Dann wird das als Muster oder als Impuls, wird weitergesandt in den allerwichtigsten Teil für das Lernen, das ist der Hippocampus, dieses Seepferdchen. Das ist im limbischen System. Dort wird jetzt entschieden, soll ich das löschen oder nicht? Also Sie haben jetzt in den letzten zwei Minuten unglaublich viel gelöscht. Unglaublich viel. Das sind Sie sich gar nicht bewusst, weil es nicht wichtig war fürs Hirn. Und was ist jetzt wichtig fürs Hirn? Wann sagt das Hirn, hey, das muss ich mir merken. Und das geht so, die Information wird in zwei apolimbischen Bereichen, wird sie analysiert auf Qualität 1. Ist das Stress? Wenn das Stress ist, dann ist es extrem wichtig, dass wir es lernen. Es gibt nichts Wichtiges zu lernen als Stresssituationen. Und das Hirn ist perfekt. Wirklich. Also wenn Sie in einer gefährlichen Situation sind, dann lernen Sie in allerkürzester Zeit den ganzen Kontext dieser Situation. Alles. Bis zum Geruch, bis zum Geräusch. Alles. Und wenn später mal irgendetwas von denen kommt, ohne dass jetzt wirklich die Gefahr da ist, aber es sind vielleicht die Schritte, die man hört in der Tiefgarage, dann kommt alles wieder. Also ein Traummann. Und das braucht es ein einziges Mal. Also es gibt nichts, was so gut gelernt wird, wie solche Stresssituationen. Und wenn Sie zurückdenken an die Schule, kennen Sie vielleicht auch solche Situationen, wo Sie heute noch die Bilder vor sich sehen. Also das ist einfach unglaublich wichtig, weil es eben dieses Überleben sichert. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich hoffe, es ist jetzt, ich hätte nicht zu viele solche traumatischen Nebelseheber jetzt heraufgerufen, also ich hoffe, der Stress geht wieder weg. Und dass Sie jetzt schauen können, das Nächste, nämlich, ist das interessant? Löst das irgendein Gefühl aus? Macht das für mich Sinn, was ich jetzt sehe oder höre? Wenn nichts von dem ist, wird es gelöscht. Und das ist, im Normalfall, man hat das untersucht, in Klassen mit 20 Schülern, löschen 18 und zwei Hörer zu. Das ist so der Durchschnitt im Bereich Gymnasium. Was Sie aber gelernt haben in der Grundschule ist, wie macht man das, dass man das nicht merkt, dass ich gar nicht zuhöre. Was Sie auch gelernt haben ist, wie muss ich mich anständig verhalten, dass man mich nicht rückt. Weil wenn Sie das bei kleinen Kindern machen, und es ist nichts von dem da, dann versuchen Sie zuerst das mit dem Stress, also Sie plagen die auch. Oder noch besser, Sie plagen den Lehrer. Dann haben alle etwas davon. Es gab doch so eine Lehre, wo man einfach nur einzeln hat. Also, bei uns war es der Pfarrer. Das war wirklich ein armer Kerl. Also, das, aber wenn irgendetwas von den vier, dann heisst es, jawohl, das ist wichtig, und dann wird so quasi ein emotionaler Mantel um den Kern gelegt. Und dann wird das Ganze als Ganzes, mit dem emotionalen Mantel, wird dann abgespeichert, im ganzen Bereich der Hirnwind. Also, es gibt nicht einfach nur einen Teil, wo das hinkommt, wo Gedächtnis ist. Also, das Langzeitgedächtnis ist verteilt über die ganze Hirnregion, mit unterschiedlichen Qualitäten auch, aber es ist immer beides. Und wenn wir das abrufen, dann, am Schluss, kommt immer beides. Es ist nur möglich, also wenn wir ohne diesen Mantel lernen wollen, das geht auch, aber dann müssen wir etwas 30 Mal machen. Ein Wort 30 Mal repetieren. Eine Bewegung 30 Mal machen. So, dann ist sie auch ohne Mantel gespeichert. Und wir müssen 30 Mal an einem Blitz vorbeifahren, an einem Kasten, und nach 30 Mal, wenn der weg ist, fahren wir immer noch mit 50, oder? Also, schöne Ansteckung. Also, der bleibt eigentlich so lang, bis die meisten Leute 30 Mal vorbeifahren sind, kann man nun wieder entfernen. Das ist dann auch beim Lernen Knochenarbeit, oder? Es gibt so Fächer, die man so lernen muss. Aber dann wird das vernetzt, und jetzt wird wieder eine Qualität genutzt, und zwar bei uns Erwachsenen wird das jetzt angeknüpft an bestehendes Wissen. Bei den Kindern, die haben diese Möglichkeit noch nicht so. Die machen das anders, die haben dann das, was ich letztes Mal gesagt habe, die haben diese Zeitfenster, wo dann einfach extrem schnell gelernt wird. Da braucht es kein Anknüpfen. Aber je mehr wir wissen, desto grösser ist unsere Chance, dass wir bei Zeitungslegen etwas behalten können. Und wenn Sie bei Ihren Eltern schauen, wenn Sie schauen, was können Sie noch behalten, dann sind es häufig Dinge, von denen Sie bereits schon sehr viel Wissen haben. Und quasi wie einfach die Geschichte weitererzählen. Bei uns wird es schwierig, wenn wir ganz neue Dinge lernen. Das sind uns die Kinder haushoch überlegen. Dann wird das Ganze gespeichert als Muster, als wir komprimiert, das heisst, es hat dann nicht viel Speicherkapazität, wir können unendlich viel lernen. Also es gibt keine, wirklich, es hat noch keinen Menschen gegeben, bei dem, also wenn das Hirn gesund ist, das irgendwie, wie das Postfach ist voll oder so, da kommt nichts. Also die Festplatte ist da nie voll. Die regeneriert sich immer wieder selber. Ich möchte noch etwas zum Hippocampus sagen, in Bezug auf die Kinder. Es ist aufgefallen, dass Kinder, die missbraucht wurden, sehr häufig auch Schwierigkeiten hatten beim Lernen. Und dem ist man nachgegangen und hat gesehen, dass Kinder, die unter Dauerstress stehen, sei es Missbrauch oder sei es ganz schwierige Situationen zu Hause, dass dort der Hippocampus kleiner wird. Man hat das nachher auch gesehen bei Soldaten, und die längere Zeit im Kriegseinsatz sind, wird der auch kleiner bis zur Hälfte. Und das heisst, die Kinder oder diese Erwachsenen, die können nicht mehr so viel aufnehmen. Das ist quasi wie der Zwischenspeicher. Der funktioniert auch nicht, auch bei uns nicht, wenn wir in einer Depression sind. Dann können wir uns Dinge nicht mehr merken. Der funktioniert auch nicht, wenn wir Langzeitstress haben. Also wenn wir zum Beispiel viel Cortisol produzieren, geht das auch nicht. Er funktioniert nicht mit Cannabis. Also wer viel kifft, der vergisst auch viel. Ja, das ist das Hauptproblem, dass die Kiffer haben. Die vergessen alles. Und das gibt dann Probleme im Betrieb oder Beziehungen und so weiter. Er funktioniert auch nicht, wenn man übermüdet ist. Und das sind die häufigsten Menschen, oder die viele, viele Menschen sind, Freitags sind komplett übermüdet. Also wenn Sie jetzt übermüdet sind, Mittwochglück vielleicht noch, aber dann geht es, so in einer halben Stunde geht nichts mehr rein. Und deshalb ist es so wichtig, dass Kinder nicht Dauerstress haben. Sie sollen ruhig auch Stress haben. Ein normaler Stress, der dann wieder weg geht, dem man Probleme lösen kann, aber nicht Dauerstress. Das ist sehr, sehr schlecht. Es gibt auch Menschen, da funktioniert das Hirn so, dass alles wichtig ist. Bravo. Alles ist wichtig. Alles wird abgespeichert. Ich zeige das schnell. Hat nicht nur Vorteile. Jake Hausler, age 10. What day of the week was Halloween, 2011? Monday. That one I didn't even have to think about. New Year's Day, 2010. Friday. Friday. I remember that because I was up all night at the Blues game. That's when Jake was 6. He lives in St. Louis, loves sports, and is in most respects a typical 10-year-old. I just have that type of memory that can remember everything. We thought it might help Jake to meet some other people with that type of memory. Cute. Look at you. Oh my gosh, are you darling. So we brought him together with Louise Owen, Bob Petrella, and Mary Lou Henner. To break the ice, Bob asked Jake about sports. So October 27, 2011. October 27. Think about it. If you're a Cardinal fan, I'll get that. In game six. That's it. Get it on, baby. Get it on, baby. Who hit the key hit? Remember? David Freese. That's it. Yeah. Satterfield. All right. He's relegated. Okay. It was like a super memory summit. Is it as if you're living it again as opposed to, for me, kind of a two-dimensional memory? For me, it is. I mean, you say the date and I'm there as though it happened moments ago rather than 28 years ago. And that is both emotionally and smelling and touching. It really feels like time travel. It's right there. You can feel, you can almost feel the clothes you were wearing. Exactly. They can do that. One, two, three. Einerseits ist es natürlich unglaublich schön, wenn man so viele Dinge erinnern kann. Bei Ihnen ist aber die Gefahr da, dass Sie dauernd in zwei Welten leben. Da muss nur ein Gedanke kommen. Und dann macht es, was? Und dann sind Sie aber emotional, sinnesmässig, völlig wieder in diesem Film. Komplett. Und dann ist das, was jetzt ist, nicht wichtig. Das ist wie ein Traum. Sie wechseln zwischen Traum und Wirklichkeit extrem schnell. Und das kann auch sehr, sehr schwierig werden. Also es ist eine Gnade, wenn man vergisst. Ja, wirklich. Ich bin da, glaube ich, begabter als meine Frau. Also, soviel zum Hippocampus. Dann, jetzt, wie baut sich Wissen auf? Oder wir haben, das ist mir ein Anliegen heute Abend, wir haben ein bisschen die Tendenz, dass wir Lernprozesse aufgrund des expliziten Outputs, das wird jetzt komisch, beurteilen. Das heisst, wir quasi machen eine Prüfung und schauen, was der Mensch kann mit einer Prüfung. Und das ist dann quasi, das gibt dann eine Note und das ist dann der Lernprozess, das explizite. Oder wir, er muss irgendetwas auswendig machen und so weiter. Und es ist aber so, dass Lernprozesse anders ablaufen. Das heisst, sie haben immer einen versteckten Teil und um den geht es mir heute sehr. Was lernen die Menschen versteckt? Warum? Warum macht das das Hirn so? Und was lernen sie explizit? Es ist so, dass Kinder ganz stark implizit lernen. Also, das heisst, man sieht eigentlich noch keine konkreten, messbaren Erfolge, sondern man sieht einfach eine Entwicklung. Und mit der Zeit sieht man dann plötzlich, ah, jetzt kann es das. Man kann auch sagen genau, was es kann und so weiter. Aber auch bei uns ist Lernprozess immer beides gekoppelt. Und warum macht die Natur jetzt das? Also, das habe ich schon mal gezeigt, das sind diese zwei Jungs, die aufräumen müssen. Und wie sorgfältig sie das machen, weil sie nicht wollen, dass das zusammenbricht. Und was lernen sie jetzt hier? Also, da gibt es ganz viele Lernprozesse, die hier sind, die man dank dem, dass es ein Foto ist, auch länger sich Zeit nehmen kann, zu überlegen, was ist es, was lernen sie jetzt? Und als ich dieses Foto vor langer Zeit gemacht habe, war ich gerade, also das war jetzt vor 28 Jahren, waren wir im Hausbau, meine Frau und ich. Und wir wollten hier, wir hatten einen schwierigen Architekten und haben alles selber gezeichnet und wollten hier so einen schönen Sitzplatz haben, so eine Laube. Und dann hat der Architekt das gesehen und hat gesagt, also von diesem Balken hier nach vorne sind es sieben Meter, da kommen 16 Tonnen. Das heisst, der Balken bricht genau bei der Auflage hinten. Wir brauchen hier einen Teiler. Und das hat mir total eingeleuchtet. Und meine Frau hat dann gesagt, ja, aber da will ich dich ein rundes Tisch hinstellen. Sie hat alles schon gesehen, wie sie das machen will. Und ich habe gesagt, ja, wir werden 16 Tonnen abbekommen. Das bricht. Dann kamen die Zimmerleute und wie es meine Frau hatte, die hat diesen Zimmermann gesagt, toll, die Arbeit, die sie macht und so und so. Und kam ins Gespräch und hat dann gesagt, kann man das nicht anders lösen? Und dann ist der Zimmermann wirklich mit der Hand zu dem Balken nachgefahren und plötzlich hat er gesagt, doch, 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 das lösen wir anders. Wir nehmen das Gewicht vom Dach, der auch hier auf diesen Balken drückt, nehmen wir das Gewicht und bringen es wieder retour, bringen es hier auf diesen Balken. Wir schreiben, wir schrauben hier quasi das Gewicht, das von hier kommt wieder retour hinauf, da hinüber und da hinunter. Also der war im Holz. Der war im Holz, der wusste genau, wo die Kräfte im Holz durch, wo sie runtergehen und wo sie wieder rauf gehen. Und ich habe dann gedacht, ja, also das muss zuerst noch der Statiker prüfen, oder? Und ich habe das dem Architekten gesagt, meine Frau hätte da eine Idee, aber ich glaube nicht und der Statiker soll das nachprüfen. Und dann hat er gesagt, doch, das geht. Also das ist etwas, das Handwerker unglaublich gut können, wenn sie den Beruf lieben, wenn sie das Material lieben, wenn sie Erfahrung haben, sie wachsen quasi in das Material hinein. und das passiert auch bei uns. Wenn Sie Tastatur schreiben, schauen Sie ja nicht auf die Tastatur, Sie machen das nicht explizit. Sie hätten jetzt wahrscheinlich keine Mühe, wenn Sie jetzt explizit schreiben müssten. Aber überlegen Sie mal, wie schreiben Sie jetzt explizit? Also, wo sind die und in welcher Reihenfolge? Und das passiert einfach so, das können wir einfach. Weil wir implizit schreiben, gedanklich sind wir ganz an einem anderen Ort, aber implizit schreiben wir einfach, das geht. Das geht. Und das geht auch in vielen Berufen heute. Es ist ganz wichtig, dass wir viel implizites Wissen haben. Es nützt mir nichts, wenn ich einen Chirurgen habe, der explizit hervorragende Kenntnisse hat, aber zwei linke Hände. Das heisst, was ich hier brauche, für eine Operation, wo ich den Kopf drehe und am Monitor arbeite, ist es wichtig, dass die Hand nicht aufhört am Griff, sondern dass die Hand durch den Griff ins Loch geht. Und dann noch weiter geht und die Hand das Organ spürt und weiss, wie viel kann ich an diesem Organ ziehen, dass es nicht kaputt geht. Das heisst, der Chirurg muss ganz viel implizites Wissen haben und darf keine Grenze spüren zwischen Hand, Instrument und Organ. Und das sind nicht einfach Dinge, die man explizit aus Büchern lernen kann, sondern da braucht es einfach dieses implizite Üben. und das Gleiche gilt für Sport. Es braucht dort eine Verbindung zwischen, jetzt hier, zwischen dieser Stange und dem Körper. Da darf gar kein Unterschied sein. Die Stange muss ein Teil des Körpers sein, sonst geht das nie. Das Gleiche gilt beim Bogenschießen. Also, selbst wenn der Pfeil noch unterwegs ist, muss er Teil des Körpers sein. Und der Boden ist auch ein Teil des Körpers. Also, die ganze Kraft vom Boden muss durch den Körper hindurch, in den Bogen und der Pfeil nimmt diese Kraft weiter und weiss genau, wo er hin muss. Das braucht sehr viel Übung und Konzentration, dass es funktioniert. Und man sieht das sehr schön an diesem Kind. Also, was hier passiert ist, dieser Ball geht jetzt ins Hirn. Er bildet quasi das, was aussen bildet, er jetzt innen ab. Und Kinder machen das, wenn sie sich auf etwas konzentrieren können. Und dann können sie unglaublich viel erreichen. Das kann zum Beispiel eine Person sein, die sie beobachten. Schauen sie einfach zu. Und plötzlich machen sie die gleichen Bewegungen. Auch in der Familie, da gibt es so Familienmuster. Die übernehmen die Kinder einfach. Oder sie machen irgendetwas, machen sie ein paar Mal und plötzlich ist das einfach im Körper. Also, ich möchte das zeigen, Sie sehen jetzt einen zweijährigen Buben. Das war eine Weihnachts- oder eine Geburtstagsfeier und dann plötzlich ist Musik gekommen und er hat zu tanzen begonnen. Schauen Sie mal, was für unglaubliche Lernprozesse, die er vorher offenbar gemacht hat, mit zwei Jahren, dass er dermassen diesen Sänger so gut nachahmen kann. Lernprozesse, die er in der und dann auf dem Lernprozesse, die er in der Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und das geht dann weiter, wenn dieses Spielerische sein darf, da geht das weiter und ich zeige Ihnen jetzt eine Szene von jungen Männern, die quasi die Umgebung kurz anschauen können und dann wird die Umgebung Teil des Körpers. Und es gibt einen Fluss zwischen der Umgebung und dem Körper und zwar eine unglaublich schöne Einheit. Egal wo Sie sind, Sie schauen sich die Umgebung an und dann kommt der Körper und dann gibt es eine Einheit und dann macht es... Also auch alles implizit. Egal wo Sie sind, Sie schauen sich die Umgebung an und dann wird die Umgebung an und dann wird die Umgebung an. Das Problem wird dann sein, wenn Sie älter werden und immer noch diese Muster haben, oder? Das sind denn da die tragischen Midlife-Crisis-Väter, die dann also immer noch versuchen und dann ist die Einheit dann doch nicht so... Also was dann passiert, das ist eben das Schöne, wenn diese Grundlagen da sind, diese impliziten Grundlagen, dann kommt das Explizite. Das ist total faszinierend. Also hier sind diese Kinder, die sind jetzt, die möchten, die sind frei am Arbeiten, die hatten noch nie Rechten oder Schreiben. Das sind Kindergartenkinder bei uns in der Primaria und die wollten einfach irgendwo etwas markieren und so weiter. Und dieses Mädchen habe ich beobachtet, da das Zahlen geschrieben hat. Und vielleicht fällt Ihnen etwas auf, das ist mir auch gefallen hier in München, da hat mir ein Knabe, hat mir das da gezeigt. Und da muss man sich fragen, wieso schreiben die das Spiegel verkehrt? Und am Anfang hat man das Gefühl, die machen einen Fehler. Aber nein, Sie haben etwas gelernt in Ihrem Leben. Das ist immer eine Zahnbürste. Und wenn man Ihnen die Zahnbürste so präsentiert, dann drehen Sie sie im Kopf so, so, so. Die können das einfach. Und Sie wissen, es spielt keine Rolle. Ob ich eine Zahnbürste so zeichne oder so zeichne, das spielt keine Rolle. Also man muss Ihnen nachher sagen, hey, tut mir leid, das ist genial. Aber bei den Zahlen hat man nur diese Sicht. Warum, weiss ich auch nicht, aber es ist einfach so. Es ist einfach immer so. Aber Sie haben die Zahlen anders gesehen, oder? Und das Zweite, was mich dann fasziniert hat, war, als ich ihr sagte, kannst du sie anordnen? Also sie hat oben links begonnen und hat so eine Schlange gemacht. So. Und spannend waren auch die 10, die 11 und die 12, die waren auch noch 0,2. Aber das ist ja okay. Also wenn ich einfach jetzt nur bis 20, dann ist einfach 0,2 ist dann das, was über 10 ist. Und dann hat sie weitergeschrieben und dann habe ich sie gefragt, kannst du es nochmal anordnen? Und dann spannend war, dann hat sie hier von den 10 und ist es dann plötzlich wieder rauf. Warum, weiss ich auch nicht. Aber sie hat irgendwie, sie sieht das irgendwie, dass es so sein muss. Und ich weiss auch nicht, ob sie 10er-Blöcke sind oder keine Ahnung. Und dann beginnt sie hier wieder mit, mit noch einem neuen System. 10,3 aus 13. Und das stimmt ja alles. Also es ist eindeutig. Eigentlich sind es, wenn es nur 20 Zahlen gäbe, ist das eindeutig. Es sind verschiedene Systeme, die sie benutzt haben. Aber es ist eindeutig. Und das ist spannend dann, wenn sie aus diesem impliziten, plötzlich solche explizite Prinzipien entwickeln. Und dann mit ihnen die Frage nachgeht, wie hast du das gemacht? Und es gibt kein Fach auf der Welt, wo man so viel zerstört in der Mathematik. Also diese ganzen Ideen, die Kinder haben in den Prinzipien, die werden zerstört, sage ich mal. Also das habe ich auch gemacht. Ja, also das Mathematik-Lehre. Und das macht man halt so, weil es ist so wichtig. Aber es gibt letztlich auch kein Fach, das in der Schweiz so schlecht abgeschnitten wird am Abitur, das so lieblos gelernt wird. Also das ist das Horrorfach in der Schweiz am Abitur ist Mathematik. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man diese Qualität, die Kinder haben, dass man die vielleicht nicht wertschätzt oder dass man sie nicht irgendwie nutzen kann. Und die Frage ist, wie könnte ich jetzt bei einem solchen Kind, wie könnte ich das weiterführen, dass es letztlich auch dann diese eingeschränkten Regeln der Mathematik auch verwenden kann, die einfach auf der ganzen Welt gelten. Spannend ist auch, wie dieses explizite Wachstum, wie schnell das geht. Also das war bei Halloween hier und da ging es einfach darum, jetzt machen wir so ein Kürbis, so ein Gesicht. Und das hat ja ganz viele, viele, viele Lerninhalte, wenn ich das mache. Also da ist einerseits, was hat es da drin, wie nehme ich das raus. Das ist auch sehr sinnlich. Sehr sinnlich, oder? Also wenn ich das dann anfassen darf. Und dann war es so schön, da hat eine Lernbegleiterin noch andere Kürbisse mitgebracht. Und da waren, ein paar Mädchen waren fasziniert von diesen Formen. Und haben dann mit diesen Formen, haben sie so einfach angeschaut und plötzlich haben sie in den Formen Figuren gesehen. Das ist ja auch wieder so ein Teil. Also es ist nicht einfach ein Kürbis. Es könnte viel mehr sein. Und dann haben sie begonnen, ein Theater zu machen. Ein Kürbis-Theater. Und was das genau ist, weiss ich nicht. Aber es hat irgendetwas mit Beziehung zu tun, oder? Und dann, also sie hat nur eine Minute gezeigt. Und dann hält sie so, jetzt sieht man hinten schon, sitzt in den Kreis. Und dann haben sie aber kurz die Kürbisse dann noch mitgenommen und haben sie im Kreis so hingelegt, als Verzierung vom Kreis oder als Zentrum des Kreises. Wunderbar. Wunderbare Qualitäten, die hier entstanden sind, weil sie einfach weitermachen durften in ihrem Prozess. Und das finde ich so wichtig, dass Kinder Zeit haben zu spielen und miteinander Dinge zu entwickeln. Das ist ja auch das, was letztlich im Hirn dann abgebildet ist. Im Sinne von, ich habe etwas, das ich Freude habe zu machen, dass ich lustvoll daran denke. Das ist auch in guten Unternehmungen, ist es so, dass Projekte mit Menschen gemacht werden, die das lustvoll finden. Also es ist immer eine Katastrophe, wenn man ein Projekt jemandem gibt, von dem man weiss, der hat gar keine Lust darauf. Das kommt nicht gut, oder? Und dann braucht es, nach diesem Denken braucht es dieses neugierige Entwickeln. Das, was die Mädchen gemacht haben, was könnten wir jetzt mit diesen Kürbissen machen? Und letztlich, das haben wir jetzt nicht gesehen, das ist auch nicht passiert, aber letztlich ging es dann auch darum, ihr macht ein Kürbistheater, was braucht es jetzt alles? Und dann hat es solche Teile, die vielleicht mühsam werden oder die nicht einfach sind, aber man muss es dann letztlich leidenschaftlich umsetzen. Aber es zieht dann immer wieder, das zieht immer grössere Kreise. Und das gibt dann auch diesen Flow. Und dieser Flow ist dann ansteckend, also wenn man diesen Kindern dann zuschaut, kommt man selber auf Ideen, was man jetzt auch noch machen könnte. Oder hätte Lust, sich einzumischen. Und beim Theater, ich weiss auch nicht, irgendwie irgendetwas zu spielen in diesem Kürbistheater. Und das ist dieses, ich nenne das diesen Dreiklang, also dieses, dieser Flow, wenn diese drei Glocken läuten, dann beginnt dieser Flow. Und dann ist es so, dass das Hirn extrem viele Areale nutzt und extrem effizient ist. Und das hört einfach nicht auf, das geht dann immer weiter. Das ist ganz stark. Also ich zeige Ihnen das Beispiel von einem alten Mann, der so Freude hatte an Seifenblasen. Und das ist ganz stark. Und das ist ganz stark. Und da steckt so viel Potenzial drin. Was die Kinder da lernen, wenn sie dem nachrennen. Oder was das für den alten Mann bedeutet, dass die Kinder dem nachrennen. Also das ist so viel Lernpotenzial in diesem Spiel. Häufig sagt man ja, das kennen Sie, wenn du ein Meisterwerb nimmst, musst du 10.000 Stunden etwas machen. Das ist so eine Regel, die man irgendwo übernommen hat. Und man ist jetzt kritisch geworden, hat das überprüft. Und da gibt es eine ganz neue Forschung, die hat Folgendes gemacht. Die hat geschaut, welcher Anteil am Erfolg macht die Übung aus? Und hat Folgendes untersucht. Spiele, also auch Spiele zu Hause und so. Dann in Musik, Sport, Bildung, Beruf. Überlegen Sie sich mal, was Sie das Gefühl haben, was ist, wie viel Übung, also welchen Anteil am Erfolg hat das Üben in der Musik oder im Sport. Das sind die Resultate. Also hier etwas über 20 Prozent. Das Dunkelblaue, das ist der Anteil. Und das Hellblaue sind andere Faktoren. Also als ich das gesehen habe, ich war total überrascht. Ich hätte das viel höher reingeschätzt. Viel höher. Jetzt kommt es ganz schlimm. Jetzt kommt es. Oje. Also da lohnt es sich gar nicht mehr Lehrer zu werden. Was machen wir denn den ganzen Tag? Mein Gott. Und im Beruf ist es noch schlimmer. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ich habe dann diese Untersuchung nachgegangen, habe die gelesen, leider gibt sie keine Antwort und auf den hellblauen Teil. Das wäre doch wichtig. Jetzt, was ist denn der hellblaue Teil? Weil wenn das so wichtig ist, also müssen wir das ja fördern. Jetzt, was können wir in der Familie machen? Was können wir beitragen? Und da wiederum, Lernprozesse passieren zu einem Drittel in der Schule und zu zwei Drittel ausserhalb. Das ist einfach ein Fakt. Das ist rein schon gegeben von der Zeit her. In einem Internat ist es ein bisschen anders, aber so wie Ihre Kinder jetzt aufwachsen, ist es so. Das heisst, wir können einen Beitrag leisten, aber der Hauptteil passiert ausserhalb. Und was wir machen können, wir können versuchen, dass es ausserhalb passiert, zu fördern. Das wäre eine Möglichkeit. Oder mit den Eltern zusammen zu schauen, wie sind die Lernprozesse hier? Und aber nicht im Elterngespräch auch umgekehrt zu fragen. Und wie sind die Lernprozesse bei euch zu Hause? Also was beobachtet ihr? Was macht das Kind? Und was man machen kann in der Familie ist, rein schon menschlich eine Bandbreite zu schaffen. Das ist ja schwierig, wenn man wenige Geschwister hat oder gar keine, dann hat man automatisch, haben die Kinder auch wenige Cousins. Oder? aber kann man hier eine Bandbreite schaffen, sei es im Quartier oder in der Familie, dass Kinder überhaupt die Chance haben, mit einer Grossmutter, die im Rollstuhl ist, umzugehen? Weil die können das. Die Natur schenkt ihnen das, aber sie müssen es auch üben. Oder können sie, wenn sie ein bisschen älter sind, mit den kleinen Kindern umgehen? Also haben sie überhaupt diese Möglichkeit, diese menschliche, sagen wir, diese Sozialkompetenz zu entwickeln, in einer grossen Breite mit Gesunden, mit Kranken, mit Behinderten, mit Alten, mit Jungen? Und was können sie von diesen Menschen lernen? Ganz wichtig auch, Sinneserfahrungen schaffen. Und da, da muss ich jetzt einfach sagen, obwohl ich selber sehr viel Freude habe an technischen Geräten, aber ob sie ein Spiel auf dem iPad machen, oder ob sie es selber basteln im Wald, ist völlig eine andere Qualität. Also dieser emotionale Mantel ist völlig anders. Und das haben sie ja gehört, also diese Leute, die sich noch erinnern können, was sie getragen haben. Also da hatte ich keine Chance, aber offenbar ist das auch eine Qualität. Und Kinder haben dann zum Teil unglaublich feine Sensorik und Motorik und überhaupt und können das sehr gut abspeichern. Das ist wunderbar. Das ist vorlesen. Als ich fünf Jahre alt war, da hat unser Vater, wir waren da in Bordeaux, und unser Vater hat meinen Bruder mir jeden Abend vorgelesen. Und zwar Onkel Toms Hütte und Robinson Crusoe. Und er hat dann immer ein Kapitel gelesen, oder die Hälfte eines Kapitels, und dann haben wir noch darüber gesprochen. und da passiert so viel. Also ich weiss auch genau Onkel Toms Hütte, was mein Vater gesagt hat zu dieser Situation, in der sich diese Sklaven befunden haben. Das ist so geblieben, das war so. Ich habe diese Bilder quasi mit in den Traum genommen und konsolidiert. Das ist etwas Wunderschönes, auch was passiert zwischen den Generationen. Also Zeit haben vorzulesen. und dann kommt dann irgendwann mal der Punkt, wo die Kinder selber lesen wollen. Oder Memory spielen. Das, ich habe das geliebt. Und ich habe ein einziges Mal verloren gegen ein gleichaltiges Mädchen. Das war wirklich grauenhaft. Und ich wusste einfach, ich kann das extrem gut. Und dann sind unsere Kinder auch gekommen so, und dann habe ich nach einer gewissen Zeit, als sie ein Alter haben, als sie einen Wehmart haben, und sie sagten, komm, wir spielen Memory, oder? Und ich wusste, ich bin einfach, ich muss dann ein bisschen nachgeben, dass sie auch mal gewinnen können. Und das Schlimme war, ich hatte keine Chance mehr. Wirklich, es war grauenhaft. Und wie ich mich gefühlt habe, ich habe einen Film gesucht, dass sie sich das vorstellen können. Also, klar, das machen wir nicht so, aber einfach, es ist einfach schön, wenn man auch sieht, wie clever die Kinder sind, wie schnell sie etwas aufnehmen. Und letztlich hat das auch ganz viel mit Lernprozessen zu tun. Ich habe dann begonnen, Strategien zu machen. Am Anfang ist es so implizit, ich weiss ungefähr. Dann habe ich aber die Reihen abgezählt und habe dann so Quadrate gemacht und Rechtecke und so weiter. Es gibt dann auch eine Lernstrategie, die man verwenden kann später für andere Dinge. Ganz schön ist auch gemeinsam kochen, also mit dem Kind, backen. Das ist auch etwas, das sehr schön ist auch mit Großeltern oder zu bestimmten Anlässen, dass er ein Jahr einen Rhythmus hat und einmal im Jahr macht man zum Beispiel das, das ist auch eine Kultur, die sie erleben, eine wertschätzende Kultur. Oder miteinander Dinge reparieren, das war auch sehr schön, weil mein Vater konnte überhaupt nichts, also da war ich immer, irgendwie hatte ich bessere Ideen, aber trotzdem hat er etwas mit mir versucht. Dann mitspielen mit dem Kind, wenn es etwas fasziniert ist, das lieben sie, das lieben sie, wenn der Vater oder die Mutter mitmacht und ich habe jetzt das Bild vom Sohn gebracht, also mit dem Vater spielen, das ist etwas, es hat eine andere Qualität als mit der Mutter. Also ja, ist so. Oder dann das Jagen, der Jagdtreib, wenn man den irgendwie ausleben kann. Bei mir war es das Mausen, ich war mit dem Feldmauser, durfte ich mausen gehen, ich habe wochenlang gemaust, sagt man was, gemaust, also es war einfach Jagd, Jagd auf die Feldmauser. Oder auch das, diese Faszination zu erleben, wie etwas wächst und was man machen muss und wie es halt schwierig ist und wie die Natur stärker ist. Also da ist da nicht ganz erfolgreich mit dem Hund, aber einfach auch mit Tieren umgehen, entwickelt unglaubliche Sozialkompetenz. Verantwortung übergeben, das ist ja schön, früher, wenn man so viele Kinder hatte, dann mussten sie Verantwortung übernehmen, heute ist das schwieriger. Und was ich hoffe, schenken sie ihrem Kind Langeweile. Also dass sie wirklich sagen, jetzt hast du halt Langeweile, das ist doch schön, das ist doch schön, halt das aus, nein, ich will aushalten, bis irgendwo der Punkt kommt, wo das Gesicht ändert, die Idee kommt. Weil heute ist man relativ schnell versucht, diese Langeweile irgendwie wegzubringen. Aber diese Qualität ist ganz wichtig für Kinder. Also für uns wäre es auch wichtig. und damit möchte ich einfach zeigen, was wir versuchen müssen bei diesem Balance von diesem Lernprozess. Es gibt Dinge, die können wir hier nicht machen, aber die passieren, die können zu Hause sehr gut ablaufen, passieren und wichtig wäre eben diese Balance und auch im Gespräch mit den Lernbegleitenden zu schauen, was hat sich wo entwickelt und wie können wir das in Balance bringen. Ich sage Ihnen eine Gefahr, wenn wir hier entdecken, das ist manchmal so, dass irgendwo in einem Fach eine Schwäche ist, sagen wir Mathematik. So, was passiert jetzt? Jetzt kommen sie nach Hause und dann heisst es, so, jetzt musst du Mathematik machen. Dann gibt es keine Balance. Also vielleicht wäre etwas anderes viel, viel wichtiger. Und das geht ja nur im Gespräch, das müssen wir gemeinsam ausbalancieren, das ist bei jedem Kind anders. Welche Aussagen oder welche Indikatoren zeigen jetzt, ob mein Kind in einem guten Umfeld ist? Also man könnte sich diese Frage stellen, sowohl für die Schule als auch für zu Hause. und da möchte ich nochmal einfach das da betonen, spielt es gerne und spielt es viel. Wir haben in der Schweiz an der Uni eine Professorin, die sich mit frühkindlicher Pädagogik beschäftigt. Und sie hat sehr häufig, hat sie dann, war die Forschung die, wie müsste ein gutes Material aussehen, gute Spielzeuge für frühkindliche Pädagogik. Und sie hat komplett gedreht, weil die Forschungsresultaten haben gezeigt, freies Spielen, irgendetwas Material, egal was, eben Kürbis oder was auch immer, bringt viel mehr. und sie propagiert das jetzt auch. Ich habe das übrigens auch noch, ich muss mir das jetzt zeigen, ich habe das aufgeschrieben, dass Sie das nachhören können. Es ist in den Wagen Ah ja, genau, genau da. Wir stellen ja dann diese Folien zur Verfügung als PDF. Und wenn Sie jetzt bei Google das eingeben, freies Spiel, SRF, also Schweizer Radio und Fernsehen, SRF, da kommt gleich dieser Link. Es geht eine halbe Stunde, es ist ein Gespräch mit ihr und das ist, ich finde das hervorragend, was sie dort erzählt und ganz wichtig eben auch, dass wir diesen Kindern diesen Freiraum geben. damit möchte ich abschliessen, dass es letztlich vielleicht mit dieser Metapher darum geht, nicht um Implizit und um Explizit, sondern es geht letztlich darum, dass Kinder eine Entwicklung machen können und dass wir sowohl als Lernbegleiter wie auch als Eltern Teil dieser Entwicklung sind und wir die die Möglichkeit haben, das zu balancieren. Sofern wir miteinander im Gespräch sind und schauen, wie geht das, wo, was braucht das Kind jetzt. Gut, dann möchte ich hier aufhören und gebe den Ball zurück und können dann jetzt auch gemeinsam in, denke ich, in Diskussion treten oder Fragen beantworten oder vielleicht auch Dinge, Dinge, die man anders erlebt, dass man das auch noch einbringen kann. Ja, herzlichen Dank, Bote. Wir sitzen ja im Büro nebeneinander in der Schweiz und ich staune jedes Mal, was du wieder für Filme findest. Jetzt weiss ich auch, was du die ganze Zeit machst. Filme schauen. Hat etwas. Jetzt bin ich überzeugt, Sie haben ganz sicher noch Fragen an Herrn Borna. Also ich habe eine Frage hinbezüglich der Vorliebe dieser Studie, was Übung macht. Ja. Was wird unter dem Begriff so erfolgreich gemeint, also wie wird das gemessen bei dieser Studie? Also unterschiedlich ist, es ist beim Sport, ist es einfach schlicht und weg die Leistung, also der Erfolg. Bei der Musik auch, also wie erfolgreich ist der Lernprozess gelaufen. bei der Bildung war es einfach im Prinzip Erfolg, Noten, Abitur machen und so weiter. Aber ich wüsste es jetzt nicht im Detail, deshalb habe ich den Link doch angegeben. Also wenn Sie dort nach, können Sie es dort nachlesen. mich hat die Studie nicht besonders verwundert. Ich habe zwei Sportschulen geleitet in der Schweiz, Fussballer und alle hochtalentiert, aber es brauchte immer etwas mehr als nur Talent. Das heisst, diese weichen Fakten, damit man erfolgreich ist im Sport, die scheinen ausschlaggebender zu sein für den Erfolg, als das trainieren an und für sich, weil von den Trainingszeiten hatten alle etwa gleich viel und trotzdem haben sie es nicht alle geschafft. Also alle, die wenigsten haben es geschafft. Einer von 100 waren mehr erfolgreich und der rauschlaggebende Punkt war immer im hellblauen und nicht im dunklenblauen. Was halt, was ich denke, was passiert, wenn ein Sportler trainiert, dann gibt es natürlich, es gibt den messbaren Erfolg und da gibt es ja Dinge, die er entwickelt, die er dann übertragen kann. Also, die er dann auch zum Beispiel auf den Beruf übertragen kann. Also von dem her, finde ich, auch wenn es nicht zum Erfolg führt, Sport oder letztlich oder zu dem gewünschten Erfolg, Sport oder Musik, aber es werden dort Dinge erlernt, die letztlich wahrscheinlich, ich glaube, der hellblaue Bereich, der spielt keine Rolle, wo das ist. Also das kann man einfach verschieben. Ja. Obwohl ich beim Sport der Meinung bin, auch aus neuromuskulärer Sicht, dass Übung sehr wichtig ist. Und ich würde etwas anderes fragen, gibt es einen erfolgreichen Sportler, der nicht richtig trainiert hat und geübt hat. Was man das, was man... Ich kenne die Studie nicht. Ich verstehe das falsch. Nein, ich kenne die Studie nicht. Die ist auch für mich neu. Ich weiß einfach von den Trainingszeiten. Natürlich, welcher Spieler arbeitet an der Qualität und welcher übt einfach nur. Also wer versucht, nicht nur die Übungen zu machen, sondern wer versucht, darin etwas zu lernen. Also 50 Mal eine Flanke zu schlagen, das kann ich abraspeln, das ist abarbeiten oder ich mache das zehnmal, aber in einer hohen Qualität. Also das sind schon Unterschiede, natürlich, aber ich habe jetzt einfach mal die Zeit genommen, die hatten alle im Vergleich viel Training. Aber auch da, was ein Spieler macht mit der Zeit, die er trainiert, da gibt es große Unterschiede. Also nutzt er sich kognitiv oder ist es abarbeiten? Und das hat eine Persönlichkeit. Genau. Letztlich, das ist der wichtige Teil. Und diese persönlichkeitsbildenden Faktoren, die gehen ja dann einfach über, wenn ein Sportler dann aufhört mit Sport und in den Beruf wechselt, kann er das mitnehmen. Ja. Ja, ich finde die Studie ehrlich gesagt ein bisschen frustrierend dafür, dass ja sozusagen, man weiß, dass man im Beruf wieder gewisse Freiheiten hat, aber solange man in dem Schulsystem gefangen ist, geht es ja darum, sozusagen, gewisse Dinge abzuarbeiten. Deswegen ist es schon zu schätzen, dass die Kinder hier viel Freiheiten haben, aber sie sind dennoch in dem ganzen System gefangen. Wir hatten ein interessantes Gespräch auf der Hinfahrt hier mit Michel und ich hatte das gleiche Gespräch vor zwei Tagen mit unserem Sohn, der hat jetzt, der hat eine Lehre gemacht, dann hat er die Fachhochschule gemacht und sollte sich jetzt bewerben und getraut sich nicht, weil er mir gesagt hat, Vater, ich kann gar nichts. Ich kann gar nichts. Und Michel hat auch gesagt, die Ausbildung vier Jahre Mediabatikerin ist viel zu kurz, ich kann ja gar nichts am Schluss. Ich habe von allem etwas gehört, aber ich kann nichts. Und dann habe ich beiden gesagt, also unterschätzt das nicht, es ist heute einfach so, wenn du irgendwo einsteigen musst, musst du bereit sein zu lernen, das ist ein Vorteil, wenn du das Gefühl hast, ich kenne, ich weiss ja nichts, dass du wirklich auch Vollgas gibst. Also dieser Teil hier, den man geübt hat in der Schule oder in der Lehre, das ist dann in der Zwischenzeit ein ganz anderer geworden. Und das heisst, jetzt muss ich irgendwo die Bereitschaft haben, wieder voll einzusteigen und diese Leidenschaft, diese Bereitschaft und diese Offenheit, die ist dann mehr im blauen Teil. Spass zu lernen. Ja, ja. Und solche Dinge wie Teamwork, solche Dinge wie Kommunikationsfähigkeit, wie Empathie und so weiter. Also man beobachtet heute, das darf ich vielleicht auch sagen, eine Studie zeigt, dass Kinder heute mehr Probleme haben, empathisch zu empfinden, weil sie es nicht mehr üben können. Das heisst, dieses Familienspiel, zum Beispiel, also wenn ich Erfolg habe, was passiert mit dem anderen? Wie reagiert der? Oder in der Gruppe etwas zu machen und zu schauen, was diese sechs Knaben am Anfang, was passiert wo? Also heute ist häufig, dass Kinder dann schnell abgelenkt werden durch Tablets oder man gibt ihnen Tablets und die haben ihre Spiele und so, aber da passiert dieses empathische Wachstum passiert dort nicht. Weitere Fragen, vielleicht auch Bemerkungen? Ja, bitte. Wenn Sie sagen, dass der Anteil der Familie so hoch ist, Sie hatten da, Schule, so ein bisschen Familie, da müssen die Eltern ja ausgebildet werden. Wie mit Schule ist das dann ausgebildet? Also, ich würde sagen, vor allem, Sie müssen sich als Teil des Prozesses sehen. Ob es eine Ausbildung braucht, vielleicht braucht es eine Ermutigung oder eine Bestärkung oder eine, ja, oder einfach, vielleicht nur, wenn Sie jetzt dann heimgehen oder vielleicht ein Familienfest haben oder so, vielleicht können Sie das auch ein bisschen anders sehen oder haben einen Gedanken gehabt, ja, eigentlich könnte ich das oder das wieder machen. Und dann ist es schon gut. Also, ich glaube nicht, dass es eine große Ausbildung braucht als Eltern, aber vielleicht, vielleicht auch einfach den Fokus wieder leben. Ja, das war jetzt so eine Art Ausbildung für die Eltern, die Eltern. Das ist schwierig, erwachsen, die auszubilden. Also, ich finde es so faszinierend, wie Jungs und Mädchen unterschiedlich lernen. Also, wie krass die Spielweise ist, so unterschiedlich. Und, ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche, ich finde das schon spannend, also, man hat das Gefühl, die Jungs lernen anders und sie lernen auch andere Dinge zu anderen Zeitpunkten als Mädchen. Und irgendwann gleicht sich das ja dann irgendwann wieder an. Also, nehme ich mal an, Jungs sagt mir ja, meine Gemeinde braucht ein bisschen länger als die Mädels. Wir holen einen Starkner. Genau, echt kommerziell starker, die Lernkurve. Aber das finde ich schon irgendwie faszinierend. Gibt es da, ich meine, womit hat das zu tun? Also, natürlich auch mit Prägung und so weiter, wissen wir alles, prähistorisch und so weiter, was Jungs und Männer für Aufgaben haben im Gegensatz zu Frauen. Ja, ja. Das spielt natürlich schon auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, aber, also, kann man das noch irgendwie anders erklären oder ist das... Also, ich glaube schon, dass es, also, wenn man, wenn es eine Erklärung braucht, das ist die Frage, ob es das braucht, aber dann ist es sehr viel Phylogenie, also die ganze Entwicklung des Menschen, die natürlich schon Mann und Frau in zwei verschiedene Aufgabenbereiche gebracht hat. Wenn ich einfach die Kinder beobachte und sie solche einfach Material zur Verfügung haben, dann sehe ich schon Unterschiede. Also, dieses Beispiel, das ich gebracht habe mit den zwei Mädchen ist für mich sehr häufig, beobachte ich solche Dinge, zwei Mädchen und das mit den Jungs beobachte ich auch viel, Jungs, die etwas miteinander bauen und dann gegenseitig wieder zerstören und dann ist es wieder Knall, oder? Und dann müssen sie wieder Frieden schliessen, da bauen sie wieder, oder? so, also das, dieses Rudelverhalten von Jungs sehe ich häufiger als bei den, als zwei, aber es ist nicht einfach, es ist nicht einfach immer so. Das ist das Spannende. Es gibt auch Jungs, die das andere suchen und Mädchen, die das andere suchen und deshalb ist es wichtig, dass man da nicht irgendwo dann eine, aber es ist schon so, also in der Schweiz, wir haben bei uns in der Ostschweiz haben wir Mädchenschulen, die werden immer beliebter, quasi auf der, im Jahrgang, also so zwischen 13 und 16, also Meitlisek heisst sie die. Ja, und die Schulpreisträgerschule 2014 Münchner Mädchenrealschule. Sie lernen scheinbar anders, mein ketzerischer Spruch war, ich war an der Preisverleihung, jetzt machen wir eine Knabenschule. Ja, das wäre schön. Ja, es gibt Unterschiede, ich möchte damit nur sagen, ja, es gibt Unterschiede. Feminisierung des Lehrerberufs ist ein Thema, das jetzt erst gerade auf die Liste kommt, wo pädagogische Hochschulen sich daran Forschungsprojekte aufbauen. Ich mag mich einfach auch, beziehungsweise, es war uns auch bewusst, Sekundarschule, das ganz oft, ja, aus der Geschichte von Jungs zum Teil, aber auch von Mädchen, das erste Mal, wo sie Männer erlebt haben, in der Sekundarschule bei uns, war, und vorher waren sie alleinerziehende Mutter, und dann waren immer nur Frauen auf dem Weg bis zur Sekundarschule, und das war dann auch eine spezielle Situation, plötzlich mit einem Mann als Lehrperson. Ein Schock. Ja, im Teil wirklich ein Schock, weil auch die Sprache anders ist, natürlich. und wir versuchen wirklich, und das ist nicht einfach, also Grundschule und Männer zu finden, deutsche Lernbegleiter, keine Chance, und wir versuchen dann wirklich, bei den englischen Lehrpersonen zu schauen, dass wir dann Männer ins Haus kriegen, weil das ist schon ein Anliegen von uns, dass das gemischte Teams sind, weil gerade die Jungs anders herausfordern, jeden Tag fordern die, und die fordern auf eine Art heraus, die verstehen manchmal die Lernbegleiterinnen nicht, ich verstehe es, und ja, warum jetzt brav sein, jetzt ist nicht brav angesagt, jetzt möchte ich mal schauen, ob ich stärker bin als der andere, das ist jetzt angesagt, und ich bin immer noch am Suchen von alten Jeans mit Ledergürten, also wenn Sie zu Hause alte Jeans haben von Ihrem Mann, mit einem alten Ledergurt, bitte hier an den Jules-Werm-Campus, es gibt so einen ganz, ganz tollen Schweizer Nationalsport, der heisst Schwingen, und das ist eigentlich Kämpfen nach Regeln, es ist nicht Ringen mit, in den Schwitzkasten nehmen und so, sondern man muss immer eine Hand an der Hose des Gegners haben, und das macht das Kämpfen immer noch zum Kampf, aber es macht es nicht zum hohen Gewaltausbruch, weil ich ja immer eine Hand an einer Hose haben muss, vom Gegner, und das gibt ein anderes, ein anderes Kämpfen, und kämpfen nach Regeln und einmal herausfinden, wer ist denn jetzt hier der Stärkere, das gehört zum Jungsein, Mädchen machen es anders, das verstehe ich manchmal nicht, aber da passiert auch etwas. Würdest du dich hier angeboten, das Raufen nach Anleitung? Ja, ich suche immer noch nach Hosen, also Jeans, große Jeans, die müssen nicht den Kindern passen, weil wenn sie, das wäre ein anderer Film, den wir mal noch einbauen können, schwingen, also wir brauchen Hosen von erwachsenen Männern, mit einem Ledergurt, und die schneiden wir dann ab, regeln es hoch, und dann ziehen die die Jungs an, über ihre normalen Hosen, und dann kann man eben beginnen, eine Hand ist am Gurt, und die andere ist an der Hose, und dann geht es in den Hosenlupf. Also wenn sie sagen, ich sammle das jetzt, und wir bekommen ja jetzt die Bewilligung der Stadt München ist hier, wir kriegen jetzt endlich den Gumpi-Raum, und da kann man hervorragend solche Sachen machen. Kannst du das sagen, was ein Gumpi-Raum ist? Also das ist Gumpi-Raum. Und der Gumpi-Raum, das ist ein Raum, in der Psychiatrie heisst es Gummizelle. Also man kann sich da hinwerfen, man verletzt sich einfach nicht. Da ist es hervorragend, mit den Schwingen-Rosen mal zu schauen, und wer ist denn da jetzt der Stärkelein? Und da steht ja im nächsten Newsletter drin, oder? Die soll ich nicht das erste Mal haben. Ja, das kann ich in den Newsletter. Anfragen, die hast du ja auch. Ja, ja, die werden das sicher auch ausprobieren. Und dann ist es nicht immer nur Fußball, oder? Also wir spielen zu oft Endspiele. Das sehen Sie natürlich auf jeden Tag. Ja, bitte. Ja, als Eltern, also ich hätte gerne auch noch mal so ein Filmchen von Kindern aus der Schule. Es wäre natürlich faszinierend zu sehen, wie es bei Kindern in der Schule aussieht. Aber es ist wirklich klar. Kommen Sie vorbei. Ich habe Sie eingeladen. Kommen Sie auf Unterrichtsbesuch. Das ist bei uns ganz normal, dass Eltern vorbeikommen. Es gibt jetzt, wo Sie noch in der Grundschule sind, freuen Sie sich auf die Eltern. Es gibt dann noch eine andere Zeit. Da ist spielig. Also jetzt würden sich die Kinder freuen, wenn sie vorbeikommen. Machen Sie das. Nein, das sind, nein, die freuen sich, wenn sie vorbeikommen. Waren wir manchmal mal? Nein, eben nicht. Also ich kann noch berichten, im ersten Jahr bin ich als Begleitmutter mitgefahren zu dem Skiausflug und war dann im Bus und das war alles ein bisschen durcheinander und so und da war ein Lernbegleiter dabei und die Jungs, die sehr temperamentvoll waren, die haben sich gefrobert und haben hinten gleich die Plätze belegt und waren wirklich voller Kraft und haben da gerangelt und so und ich konnte nicht sitzenbleiben und hin und her und so. Habe aber gleich gemerkt, also die wollen das nicht von mir. Dann habe ich mich zu den Mädchen nach vorne gesetzt und habe auch dann abgetan, ich bin viel zu alt für diesen Beruf oder was weiß ich was. War aber ein männlicher Lernbegleiter dabei, der sich auf die Ebene der Jungs im hinteren Drittel des Buses runtergelassen hat, hat mit denen rumgetobt und die waren glücklich und zufrieden. Und meine Einstellung bei meinem Fitten war, also ich hätte es nervlich nicht mehr durchgestanden. Ja. Ja, aber Gott sei Dank war dieser Mann dabei, der diese Jungs gespaßt hat und verstanden hat, was die jetzt da hinten im Bus also wirklich die Mütze rumgeschmissen haben und den anderen mal geschubst haben und der Lernbegleiter hat da mitgemacht, hat da so rumgemacht, dass ich immer immer gedacht habe, man hört der jetzt endlich auf, aber die waren alle zufrieden und begeistert und ich war eigentlich ganz harmonisch im hinteren Drittel vom Bus. Und deshalb glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass die Jungs Männer an der Schule bleiben müssen. Ich habe jetzt einen ganzen Stillen und ihr habt ja nur mit Mädchen, aber ich wünsche mir für ihn auch so einen Mann, der einen herausfordert. Ja, dann fordern Sie uns heraus, dass vielleicht mehr Eltern mit dabei sind. Also ich würde schon faszinieren, mit dabei zu sein, aber ja, nur ich allein da bin, dann ist ja ein Mama sein feinlich. Okay, das ist schon was. Ich finde es auch spannend, nicht nur das eigene Kind zu beobachten. Das gibt ja dann so eine Horizontverweiterung, wenn man sieht, der macht das so, der macht das so, was macht denn der? Ja, das geht dann. Aber wenn dann so ein Filmchen, wenn dann mal gefilmt wird. Wenn man dabei ist, wer das dann einfach mal, dass man ganz normalen Schultag, mal dabei ist oder mal eine Stunde hat, wie würden Sie das gestalten? Also Sie melden sich, Sie wollen gerne auf Unterrichtsbesuch kommen und dann bei der Lernbegleiterin und dann machen Sie einen Termin aus, dann kommen Sie vorbei, beobachten das und schauen sich das mal an. Und Sie brauchen einfach nachher 10 Minuten, wo Sie in einem kurzen Gespräch mit der Lernbegleiterin auch Ihre Andrücke austauschen können, viele Fragen stellen, warum machen Sie das so, warum machen Sie das so. Und ich merke, das hat keine Kultur in deutschen Schulen und bei uns ist das eine riesige Kultur, eine gute Kultur, weil Schulen in der Schweiz öffentliche Gebäude sind, kann auch jeder rein, es ist jeder Steuerzahler und insofern zahlt er an die Schule und darum darf er auch in die Schule kommen und da zuschauen. Und ich merke, das ist keine Kultur und ich habe im letzten Newsletter ja geschrieben, wir würden uns wünschen, wenn Sie vorbeikommen, weil das klärt ganz, ganz viele Fragen. Die Kinder erzählen zwar zu Hause, aber das sieht ja dann immer auf der anderen Seite auch noch einmal aus. Was erzählen Sie denn? Die war in der Schule hier. Ja, genau. Ja, also. Und ich ermutige Sie wirklich, kommen Sie mal vorbei, erleben Sie Ihr Kind im Kontext von Schule und beobachten Sie einmal, wie das funktioniert, was auch Lernbegleiter jeden Tag leisten, Lernbegleiterinnen. Ich habe das große Glück, heute mit hier sein zu dürfen, obwohl mein Kind an einer Montessorischule ist und ich kann nur erzählen, wir sind ständig nach uns mit Kindern und ich kann euch allen den Mut machen, das ist großartig, also an Montessorischule ist in Deutschland bekannt. Ja, kultur. Kulturell. Kulturell, so ausgeteilt. Ja. Ich habe noch vorhin dieses Schafen die ganze Zeit herausgelegt. Ich habe vorhin wahrgenommen, die Physik ist ja auch recht neu. Wir haben unsere Kinder hier in Berlin in der Bundestagsklasse. Jetzt würde mich irgendwann mal interessieren, was Sie jetzt aus den Erkenntnissen da machen oder ob das in Jugendamtform jetzt Einfluss nimmt auf den Unterricht hier und wenn da wie. Also ich habe da jetzt keine Antwort. Aber wenn Sie darüber nachdenken und wenn das Auswirkungen hat, bin ich interessiert. Ja. Kannst du mal das Bild mit den Kulturen wissen? Vielleicht noch kurz etwas zum Schulbesuch. Lehrer, Lehrer, ich sage mir das bewusst, Lehrerinnen und Lehrer haben manchmal Angst, wenn man es kommt, schlichtweg, Angst. Und da kommt man so in eine komische Atmosphäre rein, ich würde doch gar nicht Angst machen, aber man spürt die Angst. Vielleicht ist es, wenn Sie das Gefühl haben, es wäre vielleicht besser, im nächsten Elterngespräch, wenn die Probleme geklärt sind oder wenn man gemeinsam eine Basis hat, sagen, ist es Ihnen recht, darf ich mal vorbeikommen? Einfach, dass es vielleicht einfacher ist, dort, wo Sie das Gefühl haben, vor allem, wenn vielleicht noch Konflikte da sind, die man zuerst besprechen muss oder unterschiedliche Auffassungen und so weiter. Wer das möchte? Einfach alles, von denen ich höre, wie es am liebsten, den, ja, wo es, wo es, wo es, wo es, wo es, wo es, was es mit mir macht, im Moment. Ich habe mich hier gefragt, und das ist wirklich, ich habe mich dabei enthabt, was hat das mit dem weibischen Lehrplan zu tun? Nach sechs Monaten weibischer Lehrplan frage ich mich bei allem, was die Kinder hier tun, was hat das mit dem weibischen Lehrplan zu tun? Ich bin nicht erst seit einem halben Jahr Lehrer, sondern ich mache das schon lange, das heisst, ich wünschte mir, dass wir mehr lernen und weniger Lehrplan machen. Weil das können Sie nicht abbilden in einem Lehrplan, das können Sie nicht als Kompetenz abbilden, da ist einfach Neugier, da ist neues Erleben, das ist nicht abbildbar. Und wenn Sie mich fragen, ich habe Ihnen eine ganz, ganz schnelle Antwort, Weiterbildung der Lehrpersonen, Ihnen Mut machen, dass dieses Lernen genau zum selben führt, nämlich zur Erfüllung eines Lehrplans. Das ist die schnelle Antwort. Ich hätte schon viele Ideen, was man machen könnte. Ich weiss schon, vor allem in meinem Alter. Haben Sie es gemerkt? Nein, nicht, oder? Die Kürbiskerne. Es ist mir auch aufgefallen, wie die Kinder wachsen. Ja, also mir fällt das ganz stark auf, weil ich dann immer wieder ein, zwei Monate nicht da bin. Das ist unglaublich. Und Carrie hat Aufnahmen gemacht vor sechs Monaten. Das muss ich euch zeigen, das ist einfach, das ist traumhaft. Und zwar hat sie Filme gemacht über die Bilingualität vor sechs Monaten und jetzt. und hat im Prinzip gleich gefragt und geschaut, wie die Kinder reagieren auf diese Bilingualität. und ähm, ja, sehr verehrt. Ja, sehr verehrt. Und Herr Barenhauser sucht, würde ich mir das schenken. Ja, super. Dankeschön. Liegt Lars. Ah, jetzt weiß ich, was sie kam. Genau. Das ist nach zwölf Monaten. Das ist nach zwölf Monaten. What's your name? Binance Gwyn. Ich, äh, was, eh, bis ich verbunden bin. So, jetzt. What's your name? Binance Gwyn. How are you? How are you? Are you fine? Would you like to tell me about the drawing or the picture behind you? There's a poster behind you. Can you tell us? Amanda. What kind of men are they? What kind of men are they? What color are they? What color are they? Red. Red. Oh, good. Oh, good. Thanks, Gwynny. Oh, six more. Five and six more. My name is Gwynethur. Okay, hi, Gwynethur. Can you count to 20 in English, Gwynethur? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Wow, thank you. Can you say the days of the week? Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Very good. Can you say the months of the year? January, February, March, and April, May, June, July, August, September, October, November, December. Very good. Okay, I have a picture here of something. I love a rabbit, and this dog is big and brown. A book, a book on a leaf. Okay, super, super. We have a book, a book on a ball. She, Peter, had a book on, a book on a leaf. Verstehen Sie, was wir zuerst gesehen haben, da war fast nichts, aber das stimmt nicht. Explizit war fast nichts. Implizit ist ganz viel passiert in diesem ersten Jahr. Und jetzt plötzlich, jetzt kommt langsam explizit, jetzt wächst das aus dem heraus. Und das ist toll, also ich bin gespannt, wenn man das weiterführt, was sehen wir in drei Jahren, oder? Und ja, das ist das Spannende, diese Entwicklung gesehen. Und deshalb ist es auch schön, wenn Sie vielleicht einmal im Jahr kommen und einen Besuch machen. Und ich denke, boah, das ist doch mehr als vier Prozent. Wir hatten vorher gesagt, mit diesem zweimonatlichen Unterschied sehen Sie sehr viel Änderung. Ja. Können Sie das nochmal ein bisschen näher ausdrücken? Also einerseits rein körperlich, also beim Gewiss zum Beispiel, oder wie Sie gewachsen sind. Oder was mir stark auffällt, ist, wie Sie viel offener geworden sind, also sicherer. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt im Lernhaus schaue, das sind zum Teil Persönlichkeiten. Am Anfang waren es Kinder, ein bisschen unsicher und so. Und jetzt, boah, wir hatten folgendes, wir hatten vor gut einem Monat, hatten wir hier eine Weiterbildung für unsere Lernhausleiter, für das Kader. Eine Woche lang haben wir hier gearbeitet. Und Rolf hat das so organisiert, dass am Anfang, also sie kamen am Montagmorgen, durften sie eine Führung machen, begleitet von Kindern, durchs Haus. Und die Kinder haben ihnen alles erklärt. Das war sensationell, wie die, die kannten ja diese erwachsenen Schweizer. Nicht? Und die haben wirklich, die haben die mitgenommen, haben ihnen alles erklärt. Eine unglaubliche, wirklich beeindruckend, wie selbstsicher sie geworden sind. Das fällt mir auf. Gut. Noch Fragen? Anregungen? Gut. Dann herzlichen Dank, ich möchte den Abend hier beschliessen. Wir haben zwei Kameras da, ganz herzlichen Dank. Fürs Aufnehmen und dann auch Zusammenschneiden. Wir haben das ja das letzte Mal schon versucht, mit dem Erfolg, das nach 33 Minuten einfach vorbei war. Und du hättest deinen Vortrag ein bisschen zusammengekürzen müssen. Das war aber eine Idee unserer Sekretärin, von Frau Heinitz, die gesagt hat, du, also sind alles Eltern, Grundschulkinder, Babysitter organisieren und so weiter, manchmal schwierig. Warum stellen wir das nicht auf unsere Homepage, für unsere Eltern, die nicht da sein können. Und das war so eine Initialzündung. Wir haben es dann schnell probiert. Das ging 33 Minuten gut. Und die restlichen 33 Minuten haben gefehlt. Und dieses Mal wollten wir es einfach besser machen und darum standen die beiden Kameras hier. Und wir werden das jetzt so aufbearbeiten, dass wir das aufs Internet stellen können. Zusammen mit den Folien, damit sie das auch in Ruhe noch einmal anschauen können. Vielleicht auch die Eltern, die heute Abend nicht da waren. Gut, ja, herzlichen Dank. Du fährst weiter diese Nacht nach Hessen. Ja. Wir zum Bodensee. Morgen ist ein Hannover dran, für mich. Und insofern ganz herzlichen Dank und fahr vorsichtig. Ja, gliedbar ist ja. Ja, gut. Danke. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Interesse. Ja, Elternweiterbildung, Elternbildung, unser Beitrag. Und erzählen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefallen hat, dass wir nächstes Mal mehr sehen. Das ist immer so eine Frage, oder wenn man sagt, auf nichts muss man nicht mehr kommen. Aber ich glaube, die Ambience oder das Hiersein ersetzt einen Film einfach nicht. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihr Kommen und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Vielen Dank.